Klimaerwärmung, Extremwetter, Ozonloch. Diese Schlagworte sind vor allem im Sommer ständig präsent und geradezu alltäglich geworden. Sie klingen durch ihre ständige Medienpräsenz fast abgedroschen, obwohl sie tatsächlich ernsthafte Bedrohungen beschreiben. Und das alles hängt zusammen mit dem Treibhauseffekt. Obwohl es sich dabei um ein natürliches Phänomen handelt, assoziiert man heute mit diesem Begriff oft etwas Negatives. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben des79-1200 des79-O פ Vielen Dank.